Wenn mehrere Teams an einem Produkt arbeiten, ist der Wissensaustausch zwischen den Teams extrem wichtig. Ich empfehle oft für das Review eine Änderung, damit es den Teams noch mehr bringt. Moin Moin, ich bin Sebastian und wie ich unterstütze als Teams, die nicht alleine an einem Produkt arbeiten. Sie arbeiten in ihren Sprints und parallel arbeitet noch ein oder mehrere Teams auch in Sprints an dem gleichen Produkt. Der Wissensaustausch, der Austausch über was sich verändert hat, ist zwischen den Teams extrem wichtig. Wenn dieser nicht funktioniert, haben wir ganz schnell unterschiedliche Lösungen für die gleichen Probleme oder Inkompatibilitäten zwischen den einzelnen Teamlösungen. Ein Weg, das Problem anzugehen, ist über Professionsmeeting, also dass sich zum Beispiel alle Entwickler in einem dedizierten Meeting austauschen oder alle Designer. Das kann auch gut funktionieren. Was ich aber sehr mag, ist mit dem Review zu verknüpfen. Warum? Weil wir hier noch stärker den Sprint-Kontext haben und nicht nur als Kontext, alle Entwickler treffen sich und sprechen über Dinge. Wie ich generell Reviews für mehrere Teams mache, habe ich in einem meiner anderen Videos von mir erklärt. Schau es dir gerne an, wenn du hier noch Fragen oder Gedanken hast. Kommen wir aber zum Wissensaustausch. Der Scrum Guide sagt übrigens sogar, das Sprint-Review ist ein Arbeitstermin und das Scrum-Team sollte vermeiden, es auf eine Präsentation zu beschränken. Aus diesem Grund haben wir das Review bei uns zweigeteilt. Teil 1 ist das ganz normale, wir zeigen die Ergebnisse der Sprints, den Stakeholdern und sprechen über den Fortschritt in Richtung des Produktseels. Und nun zum zweiten Teil. Hier sind nicht mehr die Stakeholder im Fokus, sondern unser Produkt und unsere Lösungen. Im zweiten Teil teilen wir uns auf die einzelnen Professionen über alle Teams hinweg auf. Also alle Entwickler zusammen, alle Grafiker und so weiter. Online lässt sich das zum Beispiel super mit Breakout-Räumen realisieren. In echt gehen wir einfach in verschiedene Räume oder Ecken des großen Raums. Jeder Bereich geht nun für sich durch den Sprint und bespricht, Was haben wir hier Wichtiges gemacht, das die anderen Teams wissen müssen oder sollten? Das geht so weit, dass die Entwickler wirklich die Entwicklungsumgebung öffnen und dediziert Klassen zeigen und Lösungswege erklären. Und die Designer öffnen zum Beispiel Figma und zeigen ihre Entwürfe. Der große Vorteil hier ist wirklich, wir reden im Kontext-Sprint. Das heißt, wir haben sogar eine klare Liste an Tickets, die wir bearbeitet haben. Es ist kein, wer erinnert sich an irgendwas und will es vielleicht zeigen. Und was machen wir mit den Stakeholdern? Sie können teilnehmen, müssen es aber nicht. Wir kommunizieren im Vorfeld schon klar, das Review ist zweigeteilt und Teil 2 ist zum Beispiel auf 30 Minuten begrenzt und wird so ablaufen. Wenn euch etwas davon interessiert, nehmt gerne teil und stellt auch Fragen oder bringt Ideen ein. Und wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr das Meeting dann auch schon verlassen. Und weißt du was? Oft erlebe ich es, dass die Leute noch bleiben, weil es sie interessiert. Manche kommen ursprünglich aus der Entwicklung oder manche aus dem Produktdesign und es interessiert sie. Was genau gemacht wurde. Es hat aber nichts und darf auch nichts mit Kontrolle zu tun haben. Es ist einfach eine Einladung, auch Einblicke zu erhalten. Und danach treffen wir uns nicht wieder alle zusammen. Wenn ein Bereich fertig ist, können wir entweder gehen oder Sie gehen zu einem anderen Bereich dazu und hören zu. Wie Sie wollen. Durch das fechte Zeitlimit für den zweiten Teil verhindert man auch, dass es zu lange Diskussionen gibt. Wenn was wichtig ist, können Sie es immer noch mitnehmen in ein anderes Meeting. Und nochmal zum Review im Allgemeinen. Hier sehe ich eben auch immer wieder die gleichen Fehler. Ich habe auch ein Video über sieben häufige Fehler im Review gemacht. Schau es dir unbedingt mal an. Und hat mein Video dir gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Scrum erfährst und nichts verpasst. BWD-D Vielen Dank.